Hallihallo meinte Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge des Lucky Block Battles hier auf dem MLG PvP Server. Ja, eigentlich wollte ich heute wieder Factions aufnehmen, aber das hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Ich komme immer noch nicht auf den Server drauf. Ich weiß nicht woran das liegt. Nice, eine super Lucky Potion. Aber ich komme einfach nicht auf den Server drauf. Gestern bin ich nochmal drauf gewesen, aber jetzt komme ich schon wieder nicht mehr drauf. Das ist so komisch. Und eine andere Lucky Potion. Naja, okay, das ist jetzt weniger nice. Ich stelle mich mal ins Wasser. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, sie sind tot. Ist das ein Killer Bunny? Sie sagen mir nicht, dass es ein Killer Bunny ist. Ich hoffe mal, dass er mich nicht tötet. Nein, ist das ein Lucky Block? Block ist ein Lucky Block getroppt. Jetzt habe ich auch schon zwei Worte ein Flash. Das ist noch ein Diablock. Aber ich hoffe so... Ich hoffe so, dass ich jetzt einen Spitzhacker bekomme. Sind das... Ja, Lucky Boots. Okay. Lucky Boots gesichert. Äh, bin ich denn... Bin ich denn... So. Muss ich mich erstmal wieder rauskrabben. Auch nicht schlecht. Na ja. Schon ein bisschen schlechter. Nochmal. Och, komm schon. Ich brauche... Nice. Ganz viele coole Portions. Die werde ich noch aussortieren, aber jetzt... Oh, das ist man noch nicht. So, hier Kuchen. Lecker, lecker. Schaf. Schaf Party. Ein freundliches Handelsschwein. Ich brauche so dringend eine Spitzhacke. So, so dringend. Diabrost. Oh, Lucky Boots ziehe ich jetzt mal wieder aus. Oh nein. Bitte keine Struktur. Zehn Gold. Okay. Rüstung. Rose. Okay, das kann ich schon mal anziehen. Mit Gold kann ich aber leider... ...kein... ...Dia-Zeug abbauen. Hat der Typ... Okay. Bitte, bitte, lieber Gast, hör auf mich abzuschießen. Was ist das? Nice Lucky Leggings. Och man, dieser scheiß Gast. Aua. Oh, oh, hoffentlich holt er sich jetzt nicht den Lucky Block. Aua, oh man. Dieser blöde Gast. Hä, als ob ich mich ja gerade mit... ...ja, Lucky Blocks hochgebaut hab. Und der eine Lucky Block hat den anderen Lucky Block zerstört. Jetzt sterbt endlich... ...oh man. Hier sind so viele Lucky Blocks. Irgendeine Spitzhacke. Nice N-Appel. Ein cooler Potion. Oder ich denke mal, dass... ...ein cooler Potion ist. Ey, ehrlich Leute. Ihr Gast. Könnt ihr das mal lassen? Kann ich hier drinnen auch Lucky Blocks abbauen? Ja. Okay, ich denke mal, dass irgendwas auf dem... ...dach oben gelandet. Ja, eine Kiste. Bitte lass da... Och nein, es war leider kein... ...ähm... ...kein Eisen oder sowas. Nein, jetzt kann... ...okay. Wenn der jetzt kein Eisen hat, dann sind da sehr viele Diablöcke. Liegt...liegt da ein... Nein, okay. Liegt ein Kopf. Ich dachte schon, da liegt ein Diablock, aber nee. Hier sind noch Sachen drinnen. Bitte, bitte, komm jetzt... Brauch ich mal... Ja! Und ich hab Diamanten. Leute, ich hab die Diamanten. Ich habe sie. Ah ja, ist das geil. Und dann hab ich sie doch gekriegt. So. Brauch ich nicht. Brauch ich alles nicht. Die Diamanten sind safe. Yes. Ähm... Hier, ne? Komm schon. Ah, na gut. Wir haben noch fünf Minuten Zeit. Es geht ja. Rose brauche ich nicht. Habe ich gerade die... Ich wollte die Rose, nicht die Rose wegschmeißen. Ähm... Bias. Stöcke. Und da hab ich ne Dias-Spitzhacke. Und mit dieser Dias-Spitzhacke... Ähm... Ey, wenn die Hunde den jetzt noch fertig machen. Ey, dieses Feuer. So, und jetzt kann ich hier lang gehen. Und mir die ganzen Diablox holen. Ich denke mal, das freundliche Handelsschwein ist aber leider schon weg. So würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ich bin an Fallschaden gestorben. Ich bin wirklich an Fallschaden gestorben. Oh, ich lege aber gerade wieder schön rum. Okay, und jetzt geht's daran, das freundliche Handelsschwein wieder zu finden. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich die Runde praktisch gewonnen. Ja, es ist noch da. Das freundliche Handelsschwein ist noch da. Okay, wir gucken mal. Wir haben... Lucky. Lucky. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch... Achso, das ist gar nicht... Nice. Das ist das mit... Diesen Teilen halt. Okay. Dann haben wir jetzt ein super Schwert. Das war nicht das mit der Rüstung. Aber egal. Machen wir uns die Rüstung halt selbst. Mal gucken. Ähm, Helm brauchen wir noch. So. Und... Brustpanzer. Ach ne, Brustpanzer haben wir ja. Okay, nice. Also, ähm, ich mache mir nochmal ein Ersatz-Diarschwert jetzt. So. Hier. Ersatz-Diarschwert. Und dann würde ich sagen, kann für mich, von meiner Seite her, das Battle losgehen. Nein, kann's nicht. Das mache ich sicherheitshalber mal. Nicht, dass der mit seinen Hunden irgendwie blöd kommt oder sowas. Wenn man gegen die Hunde kämpfen muss, das ist echt fies. Also fieser, als man so denkt. So. Jetzt habe ich erstmal Elfschweinefleisch. Ein bisschen mehr würde ich schon gerne haben. Ähm, mal gucken. Kann ich das auch reparieren mit Gold? Ne, kann ich nicht. Und wenn ich einen Amboss besitze, kann ich das dann reparieren? Oder wie viel, wie viel Dias habe ich noch? Nicht genug, oder? Ich gucke mal, ob bei dem drüben noch Diamanten-Zeugs rumliegen. Ähm, nee, auch nicht. Nein, sag nicht, ich habe das Freund... Sag nicht, ich habe das freundliche Handelsschwein getötet. Bist du das freundliche Handelsschwein? Nein, du bist ja auch ein Mr. Porkshot. Komm schon. Nein. Nein, bitte nicht. Das freundliche Handelsschwein. Es ist tot. Hm, jetzt habe ich gerade irgendwelchen Schrott auf. Ah. So, dann sortiere ich jetzt hier mal mein Inventar. Ersatzschwert. Die Stierspitzhacke. Ähm, Wassereime. Milcheime. Leereime brauche ich erstmal nicht. Superlucky Potion. Und Unlucky Potion. Okay, dann würde ich mal sagen, Slash Vote. Gut, und dann geht es los. Yippie. Ich habe natürlich keinerlei Blingblöcke oder sowas. Hier dabei. Hey, toll. Das ist jetzt echt blöd. Wow, was hat der sich für einen krassen Trank gegönnt? Und was hat der... Ach, der hat diese super Rückstoß-Dings. Okay, ich nehme ein Lucky Sword. Nein. Wasser. Ach du Gott. Der hat mich aber böse erwischt. Nein, und ich habe... Verdammt. Das war aber richtig gut von dem gemacht. So. Nicht getroffen. Ich pfeife mir auch mal meinen Lucky Post rein. Was habe ich so? Ah, okay. So viel. Super. Ist da jetzt auch nicht dabei. Ach, komm schon. Komm schon. Ich tötete dich jetzt. Ich tötete dich jetzt. Okay, oder du tötest mich. Als ob wir viel Potions hatten der. Okay, das war jetzt ein Direktschaden-Potion. Aber das hat ihm... Aber das hat ihm... Also... Mir persönlich jetzt eher weniger gebracht. So zum Sieg verholfen. Hey, aber jetzt komm. Kämpf doch mal. Nee, darauf falle ich nicht rein. Darauf falle ich nicht rein. Hä, wo ist der? Ach man, was soll ich machen? Er rennt die ganze Zeit weg. Ich weiß, was ich machen soll. Ähm, auf jeden Fall jetzt aufpassen. Das ist ein Speed-Potion trinken. Nein. Ach man, ich hab gedacht, ich schaff das. Meine Güte. Schaffe ich das denn nun nicht, diesen Typen zu besiegen? Er hat nur seinen scheiß Rückstoßknüppel. Ja, ja, renn doch weg. So, Langsamkeit, was hab ich noch? Regeneration, Unsichtbarkeit hier. Ja, soll ich mal so versuchen, so ein bisschen zu trollen? Mit nem Unsichtbarkeits-Potion? Okay, er sieht mich jetzt nicht. Hä, was? Warum, warum konnte er mich sehen? Was? Das hat... Hä? Ich hab mir einen Unsichtbarkeits-Potion reingeworfen und er konnte mich sehen. Warum? Das war... Das war richtig blöd. Das war blöd. Okay. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.